Hallo Leute und willkommen zur nächsten Folge, hey das ist schon Folge 4, von Let's Play League of Legends und ich habe vergessen meine Items zu kaufen, wow wunderbarer Start. Erst habe ich vergessen die Auflösung runterzustellen, weil ich nehme das Ganze ja in HD-Qualität auf und rendere das Ganze dann später auf Pool-HD und ah ja genau, ich wollte es ja wie versprochen heute bei Red anfangen, juch hey und heute haben wir auch mal jemand Neues dabei und zwar heute wieder mit von der Partie, ich selbst, Jenna, Golden Awesome One, Last Night Standing, Markus, also das ist normalerweise der Tecker, ist bloß mit Sam Smurf account drin, in das Gebiet wieder, also bekannt unter Lorenz und heute mit dabei, Own Chemical E.D. Sag mal hi. Hi. Hi Marcel. So heute sag mal hallo. Hi Marcel. Hi Marcel. Hi Marcel. Sollte man nicht eher den Zuschauern hallo sagen? Ich weiß schon, aber vielleicht hast du auch ein paar Zuschauer, Marcel. Ja, so. Irgendein Marcel da draußen wird sich ganz besonders wichtig fühlen. Ich bin ein, ich bin ein Unikat. Also liebe Marcells da draußen, wir verehren euch. Wir begrüßen euch. Wir begrüßen euch. Paul Panzer hier. Was bitte ist gewonnen, habe ich gehört. Wir sind voll die geile Botlane eigentlich. Bitte ist gewonnen? Ja. Malzaha gegen... Ah, nee, auch gerade Ward kommen gesehen. Ich habe gerade Ward gesehen. Nee, Blitz. Das war kein Ward, das war ein Blitz. Ach, das war Blitz. Der Blitz soll jemanden beim Scheißen treffen. Ich habe überhaupt nicht als Gegner aus dem Team geduckt. Ich weiß gar nicht, was das... Was, nee, was der Gegner aus dem Team hat. Ein Blitz. Ja, Leute. Ey, cool, Craves. Es spielt mal jemand Craves, what the fuck. Und der erste Versailles ist weg. Und der zweite Versailles ist weg. Und der zweite Versailles ist weg. Und jetzt fang ich anzufangen. Ich bin zu langsam. Oh mein Gott, ich glaube, die Botlane ist jetzt schon wieder verloren. Ja, ich glaube, ich glaube, dir auch nicht noch mal mehr helfen. Es kostet mich immer wieder so zu fahren. Oh, und da ist die Jan. So, also, ich bin ja mal echt gespannt, wie das Spiel heute verlaufen wird. Also, die besten Spiele, die wir auch aufgenommen haben, das waren selbstläufer einfach, das war sauber da. Ich habe keine Ruhe und nicht so. Ansonsten geht es mir gut. Die waren so Ruhe und werden überbewertet. Wir haben doch mal die Sechner Mände gemacht. Einfach mal so, wo ging einst, Jan und ich gegen dich. Und, ratet mal, wer verloren hat. Los mit einer beimachen. Hey, ich habe doch gerade einen Fight. Ich kann gerade nicht. Ich muss fahren. Naja, China hat gewonnen. Hm? Wer hat gewonnen? Jan und ich gegen Markus. Also, Jan und ich hatten volle Ruhe und Markus nicht. Oh mein Gott. Das war das für ein Spielgewinn. Was haben wir nur gespielt? Ach, was, was ich glaube, ich habe da... ...ehm, was du nie gespielt oder so. Ist du mit Nassens oder so? Ach, das ist auch schon ein bisschen länger her. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Ich habe vor kurzem gegen Chano und Lahak spielt beiden von Ruhe und ich war nur... ...der wohl auch scheiße. Hat aber funktioniert. Ja, du musst aber mit drin gehen. Das habe ich eben zu spät gesehen, sorry. Ja, lass mich in Ruhe. Das ist kein leichtes Match-Up. Versuche einfach, ein bisschen Magic Resistance zu bilden und defensiv zu farmen. Also, der Kreisler betreut sich. Das merke ich daran, dass ich dem kein Schaden drück. Das soll ich zu euch runterkommen? Ja, da auch noch ein Passiv. Ja, das kommt noch dazu. Beschwerend. Ohr. So, schau mal mal. Boah. LePlo in der Mittel ist grad munter am... Farm... So, wofür. Ich war sie nicht so geworden. Natürlich haben sie gewartet. Sie wollen die Eurosby... Wo... Mach mal so als ob ich abbauen würde? Ich bin ja nehmt so weit. Dann kann man... Dann komm was aber, dann schau ich erstmal in der Mitte vorbei. Ja, ihr Fleisch ist nur gebraucht. Ja, ihr Fleisch ist nur gebraucht. Kann er okay. er sagt sie kommt immer weg du kennst das das ist ein Problem und die Stirb an der Kalle ist auch gerade auch gerade 2 ihr bleibt müssen uns kann noch mal von der Seite das ist so schwierig zu lassen nun nicht Jürgen das ist total mein Problem am Anfang hatte ich probiere es noch mal dann sie sind sie teilt oder nahm ab auf der Hauptbahn oh mein Gott haben das Wort gesagt ist ihr Protokoll und so viel und ist nicht gut achten aber ich will nur dass du eine Chance hast ausmacht vor Ort hattest du mal ganz kurz und das ist ein bisschen kleiner stellen und 2.3 zu klein und er wollte sie noch dort der Trenner was ganz dringend ist es okay also das ist leichter Lester also denke ich darum will er sich auf deutschland im johannes er soll eine sein er braucht nicht durch eine er kommt schon nach dem karten der wunderschönen ich habe ich schon gewonnen oder mitleihen mann und nicht bei euch da unten momentan auch schwierig doch nicht mehr schaden drückt sich ich meine ich halte mich gegen den bau mir ein bisschen aus noch nicht viel Euro um die Medellin das ist ein Alter ich bin auch ihre Illusionen ganz lustig das ist zum Teil erleben wir eigentlich der Hooghurt so aus ich komme mal zu euch runter das ist furchtbar, oh mein Gott was an die Sinne merken Jo ich komme zu, aber es wird ah, da hat es jetzt gar keine Chance ich glaube du bist auch tot ach du schon dieser Support habe ich gerettet ich muss mal farmen gehen ja das ist nicht viel schön gemacht das habe ich schon gemacht ich habe gesehen wie du in den Jungle verschwunden bist das konnte ich jetzt nichts machen nee, der war zu gut das war jetzt nicht gut okay das war jetzt nicht gut oh, crazy das hat alles in zwei Kills, das ist problematisch das ist nicht gut das ist nicht gut lass mal sehen wie sieht es momentan überhaupt aus wir haben Graves, wir haben Leblow, Shibana die Leib ist am besten größtenteils auf Rüstung, ne? mh mh, ja die Geisterkunde werde ich mir trotzdem holen ja, aber nicht als das ich hole mir aber das ich hole mir aber eher G-Words, ja mh, ich bitte darum, ich brauche den Sicht deswegen ich hole mir die immer so eher G-Words oh, entschuldigung, du bist schon längst da hoch top-down sieht es relativ stabil aus aber man muss ein bisschen aufpassen ich bin noch mal kurz weg mh, ich brauche mich hin ich mach mich hin worauf muss ich aufpassen? dass es keinen Sinn kommt man, da müssen wir hinten rein da mach ich ein Double eigentlich na gut, ich hab noch Leblanc kommt, das sieht dann blöd aus, ja ja, wenn Leblanc kommt, das sieht dann blöd aus, ja also die Schibana ist noch Stufe 5 ja, okay, Leblie wird mir wahrscheinlich gleich ganken Leblanc kommt Leblanc kommt ah, schwer zu sagen genau seine Mitte ich komme auf die Botlane ich hoffe, dass ich diesmal irgendwas machen kann also, irgendwie, ich mach 50% der Gegnerischen Kills aus das finde ich nicht gut na, ich bin noch einmal dumm gestorben oh, sieh dich kann ich angreifen? ja, mach na, okay, ich bin auf dem Weg go, 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 Power Rangers sie haben gewartet, oh mein Go das ist Grace, jedenfalls Grace oh oh und, und, und oh, schön Liebe jetzt nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben ja, die ist top, Achtung ja, ja, ich seh's ist der krass, was der für Schaden ausfurt wo siehst du also, das war mir richtig wenn ich die Ichiwana vorher töten kann, bevor die nicht töten unangenehme Nummer so wo siehst du denn? aus dem Weg ja, die ist top so what the fuck die ist top die ist top ja okay so, in Level 6 geht doch mein Fleisch ist draußen das ist nicht gut ja, ich sag nur aber alt aber dafür ist die Ultimate ready das ist schon mal viel wert hey Lorenz, ich hab mein Spiel auf Englisch gestellt hey na, wenn das keine gute Nachricht ist boah, ja, aber gut morgen ist es wieder deutsch äh, Marcel, wie sieht's aus, brauchst du Blu? Blu ist immer gut also, wenn ihr nicht stirbt, wenn ihr nicht stirbt ach quatsch, das sind die Blu, das ist kauft nur sie will nur spielen nein, die haben schon f*** ich doch Blu ist weg ich komm mal in die Mitte ja, wir können Marcel, ich meinte eigentlich die ganze Zeit dich, der RMR braucht, ne? das war ein bisschen Fail von mir ja, ich weiß, dass du mich genannt hast aber ich bin halt auch nicht so dazukommen noch ja, hättest du dir den Zauberstab noch gar nicht holen brauchen ok, ich komm an richtig ich würde die jetzt nochmal auf der Top landen ich frage, ob es das lohnt, ich nein zu benutzen oh, schön schöne Sache und schon natürlich kann ich das dafür bekommen ja, weil ich ein Marsa hab bin ach ich hab gesagt, wie hat auch nichts war neun ja, komm her, wir sind komm her, wir sind komm her, wir sind gut, gut, gut komm, komm her komm her, mein Junge aah nein, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her niss, bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg, aah soll ich die Mitte kommen? oh, nö, ist schon okay ich schnaufe ein bisschen, nur ein bisschen soll ich Lorenz soll ich mir jetzt den abkaufen oder, aah, aah, Benchies ne, Benchies, ne, ich hol dir den, den Kelch da, der haben wir nie, oder wie das Ding heißt oh shit so, ich hab die mit ein bisschen viel Leben hat der Lee noch äh, zu viel über die Hälfte glaub ich mal das ist doch auch ohne na, die 3 0 sind halt absolut nicht gut aah aah jetzt weg schaun wir erstmal äh, ich kann nicht gucken, ob sie gewordet haben doof weg ich pushen dann halt richtig und da haben sie mich auch also ich glaub das Spiel wird nicht ganz so einfach komm ich verteidige mal den Tower ja aber nicht sterben dabei, bitte alter, alter finde wuuuuh Leute pay death darf ich dir mal was sagen ich glaub ich brauch Magierresistenz ich hab nur 39 Magierresistenz, aber 112 Rüstung na, 93 sie nein, nicht sehr nein, das ist bedenkt das government die Top owners hochgewonnen ich glaub so ließen, wenn der auch die Trails rausbringen ist, von der zene zu übrig ich muss halt wahnsinnig aufpassen dass mir kein Verbrauch passiert weil der Typ davon auch nicht so schlecht das ganze ja, den Graves kann ich rausnehmen wenn man eine Block kann ich nicht rausnehmen Der hat 85 Farben, du hast 88 also was das angeht. Oh vorsicht. Ich würde mich zurückziehen. Wie viele haben Hotly's in? Wenig. Hälfte. Weniger als Hälfte. Weniger als Hälfte. Äh, ich bin glaub ich, kannst hier rein wollen, oder? Der ist in deinem Jungle, der macht jedes Ding. Nee doch nicht oben. Der ist da drüber geflasht. er doch nicht schädel ich bin auf der boten und krägern kommst später aber es wird ihn bevor ich der blau kommt zu mir auf den muss weg mann mann scheiße 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 er kommt da ein bisschen verletzt kann aber sie haben gesehen er ist er war es traurig doch statt der wort das ist noch ich habe auch die rechte schwein jedes moment ist dass sie das war so knapp was auch wieder da stehst es gibt es nicht Ja, ich muss da mal weg reinkaufen. Die können wir auch töten. Oh, da braucht den unbedingt jemand. Ich geh mal reinkaufen. Nee, nehmen wir den Karsten. Oh, das ist ja ich. Wir kämpfen, ja. Na, 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 na. Wo ich bleib, ich brauche nur mehr gut. Ich geh wieder mit zur Farm. Ja, ja. Ohne Schicht. Le Blanche, längste Zeit, Miss. Ich bin nicht die Krankheit, mindestens elf Arms stehen. Da braucht man mehr von der Angst, damit krieg man es durch meistens. Ich hab die Angst. Ja, das ist alles zu schaffen. Kann der mal aufhören zu fahren? Wurde seltsam. Das ist nicht so viel wie ich. Oh Gott, Articary, der Farm. Sie grauenvoll. Sieht man nicht so oft. Ich bin scheiße. So, ich komm mal zum Blue. Wo ist der auch zu sehen? Gleich ist der Blitz, Alter. Ist der Blitz nicht da? Ja, müssen wir schnell sein. Der Blitz ist weg, glaub ich. Jo, das letzte Mal war er schon längst weg, als wir da waren. Der Blau kommt runter. Ah, ne, die ist beim Blue. Ohne Blitz hab ich nur zu viel Angst. Ich bin auf dem Weg. Ich bin Base-Gwen. Da ist er. Und die sind weg, weg da, weg da, weg da, weg da. Ah, komm, 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 komm. Das war nicht weg. Fuck. Mann, wieder überlebtiert. Kann ich sie holen? Kann ich sie holen? Ich hatte neun auf Ignite, ey. Oh no. Ne, ich glaub, das war ein Fail. Jetzt weiterlaufen. Scheiße. Okay, das war, das war nur Dom. Sorry. Scheiße. Wie für den haben die noch alle? Ach gut. Nichts. Ja, es bringt nichts einzeln reinzulaufen, Leute. Ich hab sogar reingeflasht. Naja, aber LeBlanc, äh, Lisanne Kelly. Und LeBlanc ist Base gegangen und Scheiweiner ist on top. Das heißt, das werkelt. Ah, irgendwie, ich bin grad nur am Feeden, das ist furchtbar. Das stimmt. Ich sag dafür, dass es spannend bleibt, so. Das mögen ich schon schlauer aufhörter. Ne, das ist jetzt verloren. Ich nehm noch ne Chance auf. Oh. Ich kann aber einen Moment auch nicht gescheit ganken, das ist furchtbar. Oh shit. Musst doch nicht mehr ganken, ganz einfach. Spotlane ist weg. Ich fahr das einfach an der Ruhr. Hm. Toplane? Wo ist denn die Toplane hin? Geh weg. Grae ist das, Radar. Ja, 93 Schaden, mit gleichen Eutern, so ist es nicht schwer. Schon zweier Blut. Wird auch Radar. Bete, mach jetzt was draus. Ich kann den, ich bin zu langsam. Und, Dio, merkst du was? Komm her. Ich muss ehrlich zu weit den Tür... Nö, hier ist Lee Sin. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich mach dem hier auch nichts. Ich hab's... Verdrückt. Hätt ich nicht gebraucht. Das sind halt keine. Wir können mit in den Tower pushen. Ich hab's nicht gesehen, ich wollt's nur sagen. Ich hab's gesehen und ich hab's drauf. Falls hier irgendjemand dich interessiert. Ich hab's sein Schild nicht mal. Ach, glaub jetzt kommt der Blut. Der Schild versagt gleich. Der Hals ist schweiler hoch, das ist so behindert. Ja, der macht das Wesen verstanden und sich. Der glaub schon Blut ist dann. Den hab ich auch. Hat er ja auch. Der wird trotzdem Parade wie an sich. Ja, du haust dir auch an der Diri. Das ist wie meiner Altembild. Also merkt euch eins, Leute. Wenn ihr 0,5 habt, dann baut nie offensiv. Oh mein Gott. Echt jetzt. Hydra hat so gebrochen. Kommts drauf, kommts drauf. Also wenn ihr die Lame verliert, immer Tanki. Komm, ich muss nicht meine Power durch. Go, go, Power Rangers. Ich denk den Tower an sie. Wunderschön, danke. LeBlanc kommt rüber. Oh. Und Lea auch. Och Gott. Leute, Tower? Mein Lauf. Ah, ich bin auf K. Ich hab mich nicht bewegt. Oh. Guck mal, wer gestorben ist. Mein Armes. Ist egal, ich nehm den Top Tower. Ey, und keiner fragt dich, warum Bekarma und Tower drin stehen bleibt. Das ist ein Fintel. Alter, ein Fintel. Ich brauch mal hier jetzt. Ah, schön. Ich hab gedacht, ich komm raus. Oh, die LeBlanc. Oh. Wird schon achten. Oh, um links wäre der Todesfläge. Danach gehts richtig los. Oh, guck mal da. Tauern. Ne, das ist down. Ja, das ist mal so. Ich bin's grad zulassen. Unnötig. Ja, Ramus. Und dann kommt von dem auch noch richtig. Scheiße. Wenn dir dein eigener Charakter zustimmt. Haha. Ich bin nur ein bisschen positiv im Zuspruch und den gibt er mir. Positiv. Geht rein. Warte auf. Positiv im Stil von, er stimmt mir zu. Reinhard Hydras. Was? Ich hole mir einen Blubuff. Alles klar, ich komm vorsicht, hab er mal mit. Ich hole mal schnell einen Blubuff. Falls wir da schon sind. Dankeschön. Ich hab da nämlich so'n dumpfes Gefühl. Ich komm auch vorsicht, Leblanc. Ich komm dazu. Und eigentlich alles an. Okay, ich hau die Waffe ab. Ja, pusht einfach, Leute. Wenn drei, das waren vier Leute jetzt top, dann müsst ihr einfach pushen. Hört darauf, was Lorenz sagt. Weil, wenn du in der Zeit zwei Tower nimmst, dann können sie mich auch fünfmal töten. Das ist trotzdem nicht wert für sie. Wir sind Koms. Ist jetzt zu spät, aber ihr den Bot Tower habt auf jeden Fall. Also Mitte ist zu spät. Mitte solltet ihr jetzt packen. Oder voll den Tower, kriegt ihr auch. Jetzt ulti ihn, ulti ihn. Genau, und jetzt taunt ihr ihn. Ich darf den Kling haben. Ja, ist tot. Was halt'n OP. Sehr gut. Okay. Ja. Ihr hättet auch draken können, das noch. Na, ich hoffe. Für das habe ich nicht genug. Ich bin nicht, aber die anderen. Ja, stimmt. Richtig. Ja, und wir gehen erst nix. Wir pushen hier noch versichern. Ja, ja. Die Top-Lane und die Mitte fehlt. Also, Leblanc, da kommt Leblanc. Wenn ihr sie fokust, könnt ihr sie vielleicht vorher töten. Ja, sehr schön. Ja. Okay, ja, die haut ab. Rennen. Ja, nice. Sehr schön. Wenn ihr auch pusht, pusht mal Bot-Lane weiter. Dann kann ich Top-Lane pushen. Ja, das ist gefährlich. Der Kray ist immer noch stärker als ich. Ja, ich komm vorbei. Ja, so dass ihr nicht fightet, aber dass ihr wenigstens rein pusht, dass ihr jederzeit, wenn wieder drei Top kommen, dass ihr jederzeit ein Tor nehmen könnt. Ja, oh shit. Silvana. Ey, wenn alle mitmachen, dann mach ich auch mit. Kommt her. Der Sack, der Sichter. Oh. Kann passen, das war nicht so richtig, okay? Ich hab das Feuer auch nicht gezogen. Jetzt haut ab. Das war alles gewollt. Das war gewollt. Jetzt kommen Malzaha. Obwohl sich den Treppig ist. Malzaha. Yeah, you go. Ich geh raus. Ey, der sieht spannend aus. Jawoll, 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 jawoll. Oh. Na. Das ist nett. Unbedingt Hilfe. Ich auch. Ach, scheiße. Oh, schön. Doppelkittel. Immerhin, aber trotzdem. Kann's nicht sein, dass du nichts umgehauen hast. Ja, war mein F-Förder. Du hättest nicht sterben müssen. Du hättest nicht sterben müssen. Du hättest nicht sterben müssen. Aber auch. Aber auch. Heiße Brasilianerin. Bush, top, äh, bot. Erst bin ich. Ein schwarzer Mann mit zwei Kanonen. Eigentlich sind's zwei. Also die darf ich nicht einsetzen. Ja. Marcel hol dir nochmal Höllenzapter, okay? Ja, wenn du schon dabei. Dauer könnt ihr noch nehmen. Dauer könnt ihr noch locker nehmen. Dauer könnt ihr noch locker nehmen. Okay, jetzt back. Sehr schön. So, Markus, fahren du mal schon weiter. In der Zeit mache ich was anderes. Wir machen jetzt die, äh, Gambit Gaming-Strategie. Wir holen uns einfach um. Gambit Gaming. Der Top-Liner ist, äh, so stark, dass immer drei Leute hochkommen, wenn sie töten. Und das Team wird in der Zeit das Spiel. Ich noch ein Planer. Ich schaue mal, ob sie gewordet haben hier irgendwo in dem Bereich. Nein, also hier nicht. Das Lustige daran ist, dass ich eigentlich ein übelst schlechter Top-Laner bin. Lorenz, Frabadans. Was hast du denn jetzt? Hast du denn? Ja, schau mal. What? Ja. Ja. Ja, kannst du. Oh, oh, die sind gerade alles auf der Bot-Laner. Ich sterbe. Oh, ist schön. Ich hab im letzten Augenblick richtig sinnvoll mein Uldi eingesetzt. Ja, das stimmt. So cool das. Eine Welle tot war ich. Ja, die kann aber, da ist noch... Da explodier ich vor Wut. Weißt du? Ich bin da, gell, und ich hab Alter ready. Also, ein Kill haben wir. Ich hab kein Wort, deshalb kann ich keinen Insect machen. Weil ich gerade dummerweise mein Trinket eingestellt hab, weil ich nicht wusste, dass du kommst. Ich kann Trinket... Kann ich aber die LeBlanc reinkicken. Wenn ich dir die LeBlanc kicke, dann ulti sie, okay? Okay. Mhm. Das hast du ja. Scheiße! Fail. Keine Sorge. Ich bin ein wildes Marzaha. Dann lass mal zwei... Lass mal zwei... Ich werfe mit Tomate gleich auf dich, ne? Der Gegner hat einen Turm zu schnell. Sei wild. Okay, und du? Ich bin bereit. Oh, Entschuldigung! Äh, Alter, warum leckt's grad bei mir? Ich hab's eh's. Ach du, nein. Einer backporten. Äh, ups. Diese... Stehsport. Ja, genau. Der Rest. Der Rest. Macht Drake und dann... Achtung! ...fällt dir noch die LeBlanc. Nein! Okay, Tower down. Er braucht den Backporten. Alles gut, alles gut. Wir können dann jetzt board portion und zer... Ja, genau. Ich borst nicht mal mehr back. Ich bin in fünf Sekunden mit Homeguard-Boots da, also... Wenn du so noch ein paar Mal taunen kannst... Ja, genau. Tu so, als ob du sie... Egal. Ne, der haut ab. Der hat kein Interessen mehr in der Planung. Ja. Wenn wir jetzt ganz cool sind, grouch mal Baron, Leute. Das ist grad gar nicht gut. Das ist grad gar nicht gut. Müsst du noch... Raves, warte. Halt die zehn Sekunden. Da hinten ist ein Blit. Vorsicht. Ich hab da was gesehen. Er wurde eben geboren. Sag mal... Wieso bewegt er sich jetzt nicht? Kannst du den Lee outplayen? Nein. Ich versuch oben und dann hier in den River reinzuspringen gleich wieder mit. Ja, gut, weg bin ich. Hat mich ja alles gekostet, aber ja, die holen mich. Ja, wenn Tower können wir's locker halten. Alle Blockhaut jumpen, wie sie will. Ja, du ultierst sie einfach, wenn sie kommt, ne? Ey, Marcel, du musst sie ultieren, bevor sie... Ja. Ja, ja, greif mir nur, wenn's manst. Ja, ja, greif mir nur, wenn's mannst. Ja, ja, greif mir nur, wenn's mannst. Kannst ich auch gleich... Hast du noch Ulti? Nein. Die Framework kappt halt bis auf 10 Bilder pro Sekunde ab. Ich versteh gar nicht, warum. Ist dein Ramp voll wahrscheinlich. Ich hab 8 Gigabyte. DDR? Ja. Na welchen DDR? Boi. Die Lee ist weg. Kapp hier. Kapp nicht, das ist da an mir. Wo ist mein Articari? Oh, ich brauche Kills. Ich bin ungefühlt. Ich hab das Gefühl, das liegt einfach an Flaps. Das ist... Ich hab damit ein leichtes Problem. Kommt in Unions. Go, go, go. Nein, nein. Das ist dein Rest. Geh auf, geh auf Graves! Hm. Beim nächsten Mal dann bitte Graves taunen. Der ist ein bisschen wichtiger. Lass die Siwana nach Top rein? Ja, push mal, push mal, push mal. Ich geh rein. Okay. Ja, ich wollte grad sagen, ich geh rein. Ich töte die 1 gegen 1 locker. Okay. Achtung. Obwohl, die kommt von hinten. Was? Oh, ihr müsst aufpassen, die kommt von hinten, euch holen. Ich push jetzt mal Top richtig aus und dann bleibe ich mal Top und töte die, wenn die kommt. Ich hab... Geht mir nämlich auf den Sack, die scheiß Siwana. Ja. Are you ready? Für le plan? Moment, ich fahre kurz. Du willst jetzt hier? Ups. Kann ich fighten jetzt, ne? Na, 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 na. Ich will... Die kommt aber... Ja, das... Oh, shit. Günstig. Lass'n, geh doch weg. Ach, allein, allein. Ja, ja. Wir können dann meinerweise vorne... Ich hab grad grad gar nichts. Deswegen... Geh ich jetzt lieber auf P-On, wenn ich mir schon mal ein Jungle-Item verkauft. Jo, ich hab die Kill. Was ist denn da los? Oh. Ein Gegner wurde getötet. Nicht meine Runde. Meine auch nicht. Ich brauch langsam mal ein paar Killz. Mit fünf Fehl kann ich nichts weisen. Krass hat sie eben vermischt. Es geht, wenn sie lange waren. Puh. Wie ging die? Oh, oh. Na, er schafft er. Ich verweckt auch noch. Warte. Warte. Lass' mal Baron machen, schnell. Schnell, 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 schnell. Tacker. Es leben alle, bis er fliegt. Ja, und das heißt, sie haben keinen Smite. Und sie haben's hoffentlich nicht gewordet, was wir gleich... Nicht rausfinden werden, weil wir... Doch. Du hast Brot. Hal... Was Brot? Warum machst du Wölfe, wenn wir... Dann geht's durch, komm. Mach erstmal das Clear Item. Smite, 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 smite. Boah. Erst in 18 Sekunden. Warum sagst du das nicht vorher? Du hast gesehen, dass ich Wölfe mache, aber... Ja, warum's meintest du an die Wölfe? Weil ich da noch nicht davon ausgegangen bin, dass wir wirklich Sperren machen. Das würde ich noch mal sagen. Nee, ich sag das nur Spaß, oder wie? Ja, das war jetzt... Ja, das war jetzt... Ja, das war jetzt... GG. Quatsch, John. Ja, jetzt... Das ist Quatsch. Ach, geh. Son Baron, GG. Surrender 20. It's 35. Sie müssen ja schauen, dass sie die Lanes clearen. Da kommen sie... Die ist irgendwie nach der Bot-Lane. Oh, ich geh Bot-Lane jetzt. Oh, ne. Die fehlen grad alle, die pushen jetzt die Mitte. Shyvana ist auf der Top-Lane. Wir müssen fighten, denn noch sind sie zu dritt in der Mitte. Also, wenn ihr könnt, lasst euch Grim oder sowas. Weg ist ab. Ich hab jetzt über 3 mit Rüstung und Fähigkeit. Na ja, Rüstung. Ich stau noch mein Trinket dahin. Willst du den Blue-Buff, musst du? Ja. Ja, ich kann nicht schneller, als wie ich bin. Ja, ich kann nicht schneller, als wie ich bin. Na? So, ich kann In-Sec, ich versuch die Leblanczeug zu kicken. Hm? Oder in Graves. Was hätte Oldies die da? Ah. Nicht ganz so, wie es geplant war. Aber... Und die Nächsten. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's! Leblanc! Auf geht's! Leblanc! Ich hab' den Ball in den Ball auf und dann hat sie Attacker einfach... ...ge-one-shottet. Na, ich bin... ... die Runde mich nützt. Ich hab' den Ball in den Ball in den Ball in den Ball in den Ball... So, ne... ... in den Ball in den Ball in den Ball in den Ball in den Ball. Ne, da hast du auch nicht zu gewinnen. Ne... Ja, guck, wir die Teamfights morin... Naja gut, die hatten gerade Dairon und haben es schlecht gemacht, aber trotzdem Wir sind stärken, die Teamfights Noch haben sie halt Dairon-Bub, das ist halt auch nochmal ein Vorteil, den sie haben Ich geh Bot-Clean Nix läuft's In der Hinsicht Pusht mal schnell aus, bitte Noch haben sie ja keine Indien Pusht mal hart, bitte Kann vielleicht den Lee auf Top töten Schafft der Lorenz Solo, oder? Ja, also er hat keinen Flash mehr Immerhin Macht mal, macht mal Mitte richtig, achso, ne, Tacker-Spot Dann nicht Ich hab auch genug Damage Ja, aber wenn die dann fighten wollten, dachte ich jetzt Ja, das ist... Passt schon Okay, Lee kommt Mitte, passt auf, zieht euch zurück Ich hab Arty Äh, Graves ist bei der Wolke Ja, dann mach, guck mal beim Red Buff kurz Ja, ich brauche Der ist wieder Top Der Graves ist irgendwo da, ne Der Graves ist irgendwo da, ne Ach, schätze ich, was... Nun sehen alle, wo wir in der Mitte waren Pusht nochmal, bitte Hier ist Graves, Leute Ja, 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 ja Die sind... Tot Ich hab das Gefühl, die Aufnahme wird... Wird nix Ist Leck mitten drin, ich weiß aber nicht mal rum Leute, einfach mit Tor, Leute Ja, 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 ja Wo ist denn das Fall? Haben wir hier reinwohnen? Äh, wohin? Hier hin, das Gebüsch Nicht, dass sie nochmal weit von hinten kommen zu mir Komm, gucken wir den Tower durch Ah, das war doch richtig Cool Komm, wenn wir den Daumen kriegen, dann haben wir dann Dann kriegst du's gute Schnauze Oder was wir jetzt noch da haben Das ist sehr gut Wenn ich da und mit Tor Kann sie's gut Jetzt einfach back Wenn sie so dumm sind, wenn wir herkommen Dann ja Ich brauche los, wüspern Schnell Lorenz, brava, dann's habe ich Schleier, also Wüsper Ne, wild stuff unbedingt Ich Pausier die Aufnahmen mal ganz kurz Und schau mal, warum das so leckt Bis gleich So, und da bin ich wieder Ich hab jetzt ein bisschen was an Prioritäten geändert Und dann schau mal, das war's jetzt endlich Ja, wir können fighten, die sind fast down, ne? Baron ist wieder ab, also Danke Ja, ich hab halt keinen Ulti, sind ziemlich blöd Lass dich nicht ziehen Lass dich nicht ziehen Mosse Und drauf und drauf und drauf Das Grima, das Grima, das Grima, das Grima Das Grima, das Grima, das Grima, das Grima Das Grima, das Grima, das Grima Die Le Blanc Ja, zwei hab ich gepackt, also Die Le Blanc, äh Ich zieh mich lieber zurück Roll nach oben weg, roll nach oben weg Roll nach oben weg, roll nach oben weg Zu schnell da Ja, ich hab gesehen, dass ob ich gesprungen Jetzt nach unten wieder Durch den Busch, dann nach unten Na ja, shit Du hättest eher rollen müssen Das ist halt das Buch Die Wand schon Nicht so lieb Du hättest rollen müssen, um den Dings zu deutschen Aber ich weiß nicht, ob du's schon abhattest Das war doch nicht bereit zu dem Zeitpunkt Go, Vasallen Ja, naja, jetzt haben sie zwei Scheiße, ich sag' Wir dürfen, naja Wir dürfen doch nicht teamfighten, wenn ich kein Ulti hab Das ist ein bisschen blöd Ist aber gut, die verlieren mindestens ein Bass-Tower Na ja, wenn der Super-Vasal da nicht so blöd wär und den anderen Tor mit angreift Na ja, geht's trotzdem aus Na ja, geht's trotzdem aus Ja, bedingen sie, attackieren sie weit Oh doch, eintauen Ah, vielleicht die zweite, vielleicht die zweite Go, Vasallen Nee, nee, das packen wir nicht Oh, der kommt Noch ein Hit Komm, komm, komm Wir gehen jetzt sofort Baron Sofort Baron Jemand ein Pink-Bot mitnehmen Das ist wie in der Hühnchen-Arena Hat wer pink, hat wer pink Ja, Jenna Pink, ja Ja, ist egal Du hast das Clear-Ding Boom-Guard-Boots Komm schon Wenn doch Schlechte Idee, hab ich gefühlt Warte noch ganz kurz Ich warte noch ganz kurz Bis ich meine 20 Gold mehr habe Und dann Mein Ding ist, mein Ding ist aber noch nicht drauf Dann kann man es nicht machen Wir sollen noch draufhören oder nicht? Nee, jetzt nicht Nein, auf keinen Fall Ohne Jungler und ohne Clear geht nicht Jetzt ist eh geworden So, ich hab jetzt 356 Rüstung von Hause aus Ich geh jetzt noch ein bisschen mehr auf Magie-Resistenz Rüstung hab ich glaube ich mehr als genug Ich glaube, bringt's halt nix Deswegen Lieber mit Magie Ach Gott, wie schlecht war das? Ich auch Lorenz Ja, dann zusammen hier unten lang Komm, Tacker, Tacker Es ist schon zu spät Das kriegen wir nicht Obwohl, du kannst mit Ramos reinrollen Und dann Versuch den Dings zu taunten Den Lee Versuch den Lee zu taunten Genau Oh, scheiße Hey, wir haben den noch bekommen Egal ist denn das Ich hab den bekommen So gut Jetzt wird gefinisht Nein, ihr portet sofort weg Also einer Checker, du kannst noch den Indy nehmen Checker, du kannst noch den Indy nehmen Sehr gut Ja, schafft er locker den Indy, ignoriert lieber sein Oder so Nicht come Ich kann noch den Base-Tower tanken Los, 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 los Los, los, los Loh, go, go, go Go, go, power rangers Ja, danach, nicht, nicht greedy werden für den Indy Wohl, doch, könnte Doch, könnte 10 Sekunden Ja, 2, 2, 3 Pack am Ed Pack am Ed Pack am Ed Ah, guck So ne knappe Kiste GG Oh weia, ich habe nicht gedacht, das wär das noch mal reisen Ich hab von Anfang an gesagt, dass das geht Marcel, der hat's gewusst, Malza Gott sei Dank Und ich würde sagen, damit War ganz schön riskant jetzt von denen, weil Baron mit seinem Debuff, das wissen viele Gar nicht, reduziert Die Magieresistenz, beziehungsweise macht Viel anfälliger, ich glaub doppelt so anfällig Gegen magischen Schaden, und Malza hat Natürlich über das AOE dann am Ende gehabt Deswegen haben wir den Fight jetzt gerade Gewonnen Das ist auch gut zu wissen, und ich würde sagen Mit den Worten beenden wir mal Folge 4 Von Let's Play League of Legends, bis dann Leute Ciao Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Über على was. Untertitelung des ZDF für funk, 2017